Ich glaube, ich bin verklarrt in ein Dalaun. Den Tanz lernen wir heute. Der ist total viral gegangen, deshalb bringe ich ihn euch jetzt bei. Was geht ab? Mein Name ist Jess. Ich bin in den Social Media noch als Tanzlegerin tätig. Und wenn du nichts mehr verpassen möchtest, mach auf jeden Fall das Plus weg. Wir starten mit schulterbreiten Füßen. Ich lehne mich jetzt einmal nach rechts, bounce zwei mal hier hin. Und nach links, um bounce zwei mal hier hin. Dabei gehe ich mit meiner Hand an den Kopf. Zack, zack, zack. Zack, ich glaube, ich bin verknallt. Wenn ihr jetzt einen Partner habt, mit dem ihr das tanzt, könnt ihr das eine Herz so machen. Und euer Partner kann das Herz so machen, dass ihr dann quasi hier so zusammen was machen könnt. Ansonsten macht es alleine. Ich glaube, ich bin verknallt in einem. Jetzt drehe ich meinen Arm zur Seite. Und dann mache ich Bock, 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 Bock. Wenn ich also hier bin, mache ich einmal das hier mit meiner Hand. Und dabei drehe ich mich zur Seite. Und lege meine Hände hier ab, dass ich viermal das machen kann. Raus, rein, raus, rein. Dabei laufe ich nach vorne, hab, nach hinten, hab. Sprich, ich bin hier. Vorne, hab, hinten, hab. Jetzt bleibt mein linkes Bein stehen und das rechte dreht sich rum, damit ich wieder vorne stehen kann. Ihr habt also vorne, hinten und Seite, Seite, Seite stehen. Noch einmal. Sechs, sieben. Und ich glaube, ich bin verknallt. In ein Talerhut. Zack, zack, zack. Fünf, sechs, sieben, acht. Jetzt noch mit Louis, Gürtel, Gucci, Cap und Air Max Schuhen. Wir gehen zur Seite mit dem Popo von rechts nach links die ganze Zeit. Dabei ziehe ich einmal meine Hände hier am Gürtel entlang über die Cappy. Ja, und dann geht es zu den Schuhen schon. Wir sind also mit Louis, Gürtel, Gucci, Cap und Air Max Schuhen her. Zack, 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 zack. Ich gehe mit meinen Händen also von hier runter. Machst du Pinguin-Armung. Mein linkes Bein bleibt stehen und rechts geht hoch und hoch. Einmal nach außen und nach innen. Zack. Von hier kommt das Schattenboxen. Wir machen das hier. Gehe nach vorne. Er macht Schatten. Jetzt ziehe ich mit meinen Füßen nach hinten und nach hinten. Stellt euch vor, ihr habt mit den Füßen so einen Zirkel. Ihr habt hier so einen Stich. Zack. Und dann zieht ihr mit der Stiftseite vom Zirkel einen Kreis. Klack. 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 Ja. Wir haben jetzt das Boxen-Boxen gemacht. Meine Arme ziehen dabei nach vorne und nach vorne. Das ist so ein bisschen tricky, weil das Bein zieht nach hinten. Also von vorne nach hinten geht das Bein. Der Arm geht von hinten nach vorne. Schafft ihr aber. Er macht Schatten-Boxen-Hab. Von hier war ich Arme verschränkt. Und ist der coolste von seinen Bros-Hab-Hab-Hab. Wenn ihr hier mit einem Partner tanzt, könnt ihr euch auch wieder so rechts, links aneinander lehnen. So Schulter und Schulter. Ich habe jetzt gerade keinen, deswegen war ich es alleine. Eins, zwei, drei, vier. Zack, 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 zack. Von vorne. Sechs, sieben. Und ich glaube, ich bin verknallt in ein Dollar. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Mit Louis-Gürtel, Gucci-Cab und Air Max-Schuhen. Hepp, hepp, hepp. Und er macht Schatten-Boxen und ist der coolste von seinen Bros. Jetzt laufen wir nur noch mal nach vorne zur Kamera. Das Messer in der Tasche ist bestimmt nicht nur fürs Butter-Brot. Dann haben wir hier einmal unser Brot und wir beschmieren unser Brot und dann laufen wir nach hinten. Und zum Schluss machen wir dann noch so Party-Party. Yeah, 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 yeah. Das war es auch schon. Ganz viel Spaß beim Üben. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Bis bald. Ich glaube, ich bin verknallt in einen Tallerhuhn. Mit Louis-Gürtel, Gucci-Cab und Air Max-Schuhen. Er macht Schatten-Boxen und ist der coolste von seinen Bros. Und das Messer in der Tasche ist bestimmt nicht nur fürs Butter-Brot. Und das ist das, was ich weiß, was ich weiß, was ich weiß, was ich weiß. Bitte.